Das Publikum ist aus dem Häuschen, die Presse ist begeistert, Siegfried Mayer ist der Führer, Hans Zeisig. Mein Name ist Hans Zeisig, ich bin Komiker. Ich wollte eigentlich nach Hollywood, doch die amerikanischen Pässe waren aus und so kam ich mit meinen gefälschten Papieren nur zu Hause. Bis Moskau, ins Hotel Lux. Und das ist alles andere als komisch. Wer hätte gedacht, dass einer wie ich die Weltgeschichte verändern könnte, ausgerechnet in Stalins Badezimmer. Darf ich erst noch was sagen? Lohmann? Ja. Nein, gut, weiter. Ja. Hansen. Können Sie, oder? Ich bin Mickey Mouse. Mickey Mouse ist ein Arschloch. Du bist also der neue Genosse, ja? Wir wollten das mal guten Tag sagen, ich bin doch weiter. Was machst du denn da? Nicht, das ist nur so. Was willst du hier? Was ist dein Ziel? Du kennst mein Ziel. Um hier rauszukommen, brauchst du ein Propusk. Und um durch Moskau zu spazieren, brauchst du einen Stadtpropusk. Ja, und wenn ich aufs Klo muss, brauche ich einen scheiß Propusk. Propusk. Nee, nee, ich heiß Meier. Propusk. Kommunismus ist der einzige Weg raus aus dem Schlamassel. Frieda. Klar. Klar, Frieda, Lisa, ist doch egal. Was führt ihn zu uns? Die Liebe. Was ist das denn? Sigi. Meier, was machst du denn hier? Ich war müde, ich hab mich hingelegt. Friede, was machst du hier? Was ich hier mache? Wir versuchen ja alle, die Welt zu retten. Kannst du, was machst du hier? Ich freu mich. Und du liegst auf meiner Frau? Ja, aber was? Lachen Sie gefälligst. Wir haben Mittel, jeden zum Lachen zu bringen. Wir haben Mittel, jeden zum Lachen zu bringen. Vielen Dank.